Was heute passiert? Wilde Wolkenstadt Mies, Digger! Nun! So wie Sie wieder gerade�ת PG in derili aus Skawa-Kazaga und wir beginnen mit BestPin, der Wolkenstadt. Das ist der letzte Planet, der uns noch fehlt, dann sollten wir 100% haben, denn wir sind jetzt irgendwo 98. 90, deswegen ähm... So, wir gucken uns jetzt erstmal das Zeug von TIP an. Moin. Nein. Ich dachte, das wäre intensiver, deine TIP. Das System sagt, dass es ein tödliches Gaslag in der Wolkenstadt gibt, aber es sagt mir nicht wo. Wenn du es hindest und einen Ruin dabei hast, kannst du es reparieren. Willkommen in der Wolkenstadt. Willkommen in der Wolkenstadt. Willkommen in der Wolkenstadt. Willkommen in der Wolkenstadt. Gut versteckt. Gut versteckt, sagt er. Ich glaube, ich habe sie gefunden. Aber ich kann ja nicht am helllichten Tag Wände einreißen. Ich kann. Wir haben hier ein echtes Problem. Meine Gruppe Garschmuckabellon-Babys ist durch die Wartungstunnel in die Stadt eingedrungen. Ich muss mich mal hinsetzen. Du kümmerst dich um das Problem, ja? Okay. Ich wusste, dass man auf dich zählen kann. Ich habe ja einen Duft, dem sie sich nicht verstehen können. Geh zu den auf der Karte markierten Pognoloxi von der Stadt weg. Der letzte Beldon. Der letzte Beldon. Das Stein haben wir wohl bei einer unserer Wartungsarbeiten dort oben liegen lassen. Dem Chef wird schon nicht auffallen, dass es fehlt. Hier stehen alle eineufde Runde steckt zur Zusammen thoughtet man. Die Kräste sind auch einげergriffiges Deval ang saludlos. Oh, da läht'st Nein! Ah, wann dann der Wookie? Moin! Hallo nochmals Mitreisender. Wolkenstadt, bei diesem Ort weiß man, woran man ist. Auch immer dieser Ort seinen Namen gegeben hat. Hat der Kashyyyk wahrscheinlich Baumdorf genannt oder Wookiehausen. Wo ist der Wookie abgeschlossen? Wundernder Wookie. Cool. Somit haben wir jetzt auch jeden Schurken. Oh! 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 Ratten der Lüfte. Weil so wie wir es auf Uhtapau gemacht haben, ist es doch dann gut. So hat es auf Uhtapau auch gut geklappt. Von daher... Ich erledige vielerlei Dienste für Baron Calarissianen, aber kaum einer ist so anspruchvoll wie der als sein Koch. Vor allem wenn es geht mehr als drei verschiedene Gerichte pro Woche zu kochen. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, gibt es auf Bespin kaum essbare Tiere, deshalb bitte ich euch, welche auf anderem Planeten zu jagen. Könnt ihr das tun? Das freut mich zu hören. Ich habe gehört, Wompratten-Eintopf soll überraschend gut sein. Wenn die Ratten richtig gekocht werden, könnt ihr mir Wompratten besorgen. Ihr findet sie in der Wüste auf Tatooine. Fünf Stück müssten für einen herzhaften Eintopf ausreichen. Wompratten der Lüfte. Wompratten der Lüfte. Das war's für heute. Das war's für heute. Auf der Jagd nach Bombratten, wie? Angeblich hat jemand kürzlich erst die Dinger verschreckt, aber ab und zu stecken sie noch den Kopf auf dem Sand. Wer haltet also den Boden im Auge? Ich bin ja in der Jugend am Büste, was will das Spiel eigentlich? Ich bin ja in der Öl. Ich bin ja in der Öl. Ich bin ja in der Öl. Oh, oh, oh. Oh ja damit Ah ja dahinten, ok Oh Neue Lieferung Hier kommst du auch immer her Oh 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 Tschüss kleine Wurmbratte Ja zurück Ja zurück Moin Ihr seid zurück Und ihr habt eure Versprechen gehalten Wie es scheint 5 Wurmbratten von feinster Güte Ich hoffe ihr hattet ohne unterwegs keinen Ärger Ja Das gibt einen köstlichen Eintopf Ihr könnt gerne mitessen Wenn euch euer letztes Essen mehr wollten Statt nicht den Appetit verdorben hat Wurmbratten der Lüfte Lobot Schau mal alle Nö ein Protokoll Ruiner fehlt noch Ne zwei Charaktere fehlen noch Ah bei anderen fehlt noch was Wer fehlt denn noch Ah Willow Willow Achso Ah Lobot Schön dass ihr wohl auch seid Auf Ich bin Schnell Ich bin Aus Schnell 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 Jetzt Ja, und was soll das jetzt einem bringen? Ah, okay. Eins in der Mitte ist richtig, eins nach oben, Mitte und dann wieder zwei. Es fehlen 120 Steine, ja, okay, 19 Schrank. Ah, okay, das sind die letzten beiden Charakter. Noin. Okay. 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 Ich sehe sofort, wenn jemand sich verdächtig benimmt. Und Willrow Hood benimmt sich mächtig verdächtig. Aber mehr so, als ob er eine Überraschungsparty planen würde oder etwas von der Art. Soll ich das nicht mehr so, als ob er eine Überraschung ist. Ja, weil wir ja noch eine Quest offen haben, heißt es ja nicht, dass wir schon die ganzen anderen Steine sammeln können. Noch mehr. Einfach noch mehr Batterien. What the fuck. Unglaublich. Der halbherzige Harry hat einen halbfertigen Stromkasten offen gelassen. Immerhin war er nicht der verteilerherzige Volker. Egal, wenn du die richtigen Stecker dafür findest, steck sie rein, ja? Das war's. Warum ist der schon wieder da? Um Hilfe zu bitten, zeug von Stärke, nicht von Schwäche. Meine ganz besonderen Fähigkeiten werden hier sehr nützlich sein. Ernsthaft jetzt, ernsthaft. Wie mies. Vielleicht hat Anakin recht mit den Jedi. Ja. Ja. Ich schaue nicht. Ich schaue nicht. Ich schaue nicht. Ich schaue nicht. Wie meees, Digga! Also das Timing ist beschissen. Ja, ist klar. Was ist alles für eine Pazzarier, Junge? Du warst, da war doch gerade Kreis. Alles klar. Geht doch. Meine Fresse, Alter.